Vollblut-Trucker Vitali Gunkel kommt gerade mit seinem Mercedes-Aktros 2658 von einer längeren Tour zurück. Der 37-Jährige ist aktuell in der Firma Bernreuther und Deuerlein für die Schwertransporte zuständig. Ich komme gerade von Osnabrück, von der Firma Braildeg und da habe ich die zwei Teile abgeholt. Ja, jetzt habe ich schon 400, 400 und noch was Kilometer heute hinter mir. Zwischen Baderborn und Kassel Pause gemacht, elf Stunden und heute um halb drei in der Früh losgefahren. Ich bin jetzt kurz vor neun angekommen. Vielleicht geht es weiter oder vielleicht muss ich mal dann umsatteln und Schotter fahren. Mal gucken, vielleicht lassen die mich gleich heim. Doch vorher heißt es jetzt erst einmal alles abladen. Zusammen mit Betriebsleiter Martin sollen die zwei Elemente an Ort und Stelle geräumt werden. Das ist also unser Rotor für die Bräumüh. Den brauchen wir heuer im Frühjahr, im März oder was, als der Rotor kaputt gegangen. Also Altersschwäche halt. Jetzt haben wir ihn komplett neu überholen lassen. Jetzt haben wir halt als Ersatz wieder da, falls wieder irgendwas am Rotor werbar mit dem, der jetzt drin ist. Den können wir sofort umtauschen und dann stehen wir nicht so lange. Weniger Standzeiten. Als erstes lädt Martin die Schlagleisten ab. Diese kommen später in die Nuten, in die Aussparungen am Rotor. Der Rotor selbst dreht sich quasi wie das Paddel von einem Tretboot und wirft die Steine gegen die Wand. Die Schlagleisten stehen hier bei zehn Zentimeter über und werden als erstes abgenutzt. Bei circa vier Zentimeter Dicke werden dann auch diese wieder ausgetauscht. Stefan soll jetzt mit dem Lader diesen Hügel rauf. bis zum Lagerplatz auf der Ebene an der rechten Bildseite. Das Transportgerät der 988K XE mit 588 PS und knapp 39 Tonnen Hubkraft. So, gehst du von rechts nach unten oder gleich von unten nach? Von unten. Ah? Von unten. Nein, ich meine die linke oder die rechte Seite jetzt? Ich geh von da. Von da, alles klar. Ja. So, ich hab's. Ich auch. Ja, dann soll er mal langsam heben. Warte mal, deine Kette muss man mal ein wenig gerade machen. Nicht so gerade. So, raus. So, dann gehen wir mal weg. Der Rotor ist fest, es kann losgehen. Rund 18 Tonnen und damit 120.000 Euro hängen jetzt gleich links an der Schaufel. Nach links zu mir schwenken, zu mir schwenken, dann macht ihr mal die Bordwand kaputt. Ja, siehst du mal? Kleine Delle, große Wirkung. Schon wieder. Ich hab gezeigt, da musst du mal nach rechts schwenken, zu mir. Das hab ich schon gewusst, aber ihr checkt das nicht beim Heben, wo das hingeht. Es ist ein wenig schwer mit ihm abzuladen. Letztes Mal ein Bordwand, jetzt zweites Bordwand. Super. Jetzt haben wir schon wieder eins hier. Ja, 250 Euro mit einem rund 28 Grad Knick sind von uns gegangen. Hätten wir es davor rauszuhaben, bist du genauso schuld. Brauchst nicht immer Schuld auf andere Schiebe. Ja, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Eins kann ich jedoch verraten, diese Situation ist noch lange nicht beendet. Ob am Ende Martin oder doch Vitali zuletzt lacht, das schauen wir uns gemeinsam in der neuen Folge an. Und damit herzlich willkommen zurück zu Staffel 2 von Stonecrush. Den Anfang macht heute der jüngste Trucker in der Firma, Azubi Alex. Als Erstes habe ich Elektriker versucht zu lernen. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, weil es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich habe es drei Jahre gemacht, ich hätte es auch zu Ende gemacht. Aber weil ich wegen Corona zwei Wochen nicht in der Vorbereitungskurs war in der Schule für die Abschlussprüfung, haben die gesagt, ich muss noch mal eineinhalb Jahre nachlernen. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, tut mir leid, dann höre ich jetzt auf. Dann habe ich erst mal bei meinem Papa versucht, weil mein Papa Raumausstattermeister ist, also Polsterei. Aber da habe ich die Kraft in den Händen einfach nicht, um den Beruf auszuüben. Und dann habe ich die ganze Zeit geguckt und habe gesagt, irgendwas, irgendwie Maschinenführer oder irgendwie sowas, mal gucken. Und da bin ich auf Bernreuther gestoßen und suche einen Lkw-Fahrer. Da habe ich gesagt, boah, das wäre es doch mal. Und dann habe ich ausprobiert, Praktikum gemacht und das hat mir echt Spaß gemacht. Und jetzt bin ich im zweiten Lehrjahr. Auf jeder Tour immer mit dabei ist auch sein kleiner Talisman. Das ist mein Po, ein Kung Fu Panda, weil Pandas in Asien passt. Und weil mein kleiner Bruder noch den Po hat, habe ich mir gedacht, Michi, gib mir jetzt den Panda, der passt zu mir. Und jetzt habe ich den Panda als mein Kuscheltier-Maskottchen im Lkw. Weil es auch einfach passt zum Namen, der Panda. Viele sagen auch, dass ich ein Panda bin von der Konstruktion her. Und finde ich aber auch cool. Deswegen habe ich jetzt einen Panda drin und ja, habe Freude dran. Mit seinem Arctros 1844 und einer Ladung 032 Frostschutz geht es heute nach Neumarkt. Er fährt sich gut und da kann man nichts sagen. Es ist halt ja gut, er ist ein bisschen altmodisch, aber er hat Klima, er hat Tempomat, er hat Berganfallhilfe. Er funktioniert, er läuft super, sonst gut ja. Wenn ich jetzt, wo ich ein neueres Fahrzeug mal gefahren habe, ist auch schön. Was mir halt einfach sehr fehlt, ist die Rückfahrkamera. Wegen beim Mischgutfahren zum Beispiel oder allgemein rangieren, dass ich auch hinten gucken kann. Und so ist das mit den Spiegeln für mich halt auch ein bisschen schwieriger. Aber sonst doch, ich freue mich immer mehr an mit dem Gerät und der macht schon Spaß zum Fahren. Er ist halt schon gut, gell? Doch die Lieblingsmarke ist eine andere. Ja, MAN, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorher habe ich mal den neuen Mercedes gefahren und hat sich gut gefahren, ja. Aber dann wollte ich halt schon immer mal MAN selber fahren. Ich war immer mal mitgefahren beim MAN und hat mir echt gefallen, die Ausstattung und so. Und dann durfte ich mal drei Wochen, durfte ich ein MAN fahren. Jetzt regnet's. Und dann war ich echt begeistert und habe gesagt, doch, wenn ich mal ein neues Auto kriege oder ein eigenes Auto kriege, dann würde ich ein MAN nehmen, ja. Und ja, die Anna hat mich gestern angerufen, dass ein MAN frei ist. Da hat sie gefragt, ob ich den möchte. Da habe ich gesagt, sehr gerne. Und jetzt freue ich mich schon drauf. Nur jetzt sind die Wochen, bis ich den kriege, natürlich sehr Geduld gefordert, die ich eigentlich nicht habe. Aber es nützt nichts. Tja, eigener Truck, eigenes Laster. Äh, eigener Laster? Ne, eigenes Laster, ne? Ja. Im Auto zum Beispiel, ne, der Lkw bei mir, also, ich brauche ein sauberes Auto. Ich kann das nicht. Wo ich hier als erstes Mal drin habe ich gesagt, um Gottes willen sieht der aus. Der geht nicht, kann ich nicht. Das halte ich nicht aus. Habe ich ihn erst mal sauber gemacht, dann immer schön Staub gewischt. Und das mache ich jetzt mit meinem Privatauto auch. Und von meinem Papa das Auto, da sagt er immer, ach, das sieht aber jetzt wieder schön aus. Habe ich so, ja, weil ich kann das einfach nicht. Wenn da irgendwo Staub ist, das kann ich nicht. Also Putzfimmel hast du? Ja. Habe ich jetzt gekriegt, wo ich jetzt Ecke gefahren bin, weil es ist halt einfach schön sauberes Auto. Also es ist halt einfach, sag ich mal, wieder ein zweites Zuhause. Da muss gepflegt sein. Da kann jetzt nicht da so hoch Dreck sein oder überall Krümel oder klebrig. Oder weiß ich weiß nicht, weil das geht nicht. Das ist eigentlich das Einzige, was ich gekriegt habe. Das ist dieser Putzfimmel. Da muss alles da. Wenn ich da irgendwas in Staubkorn sehe, dann kriege ich gleich die Krise. Kommt gleich der Blutdruck 180 hoch, aber es funktioniert. Ja, jeder hat ja bekanntlich eine Macke und diese macht den Menschen ja auch erst liebenswert. Für den 22-Jährigen und die rund 25 Tonnen geht es jetzt in Richtung einer sehr speziellen Privatbaustelle. 15 Kilometer weiter südöstlich. Hier beginnt gerade der Arbeitstag für Elektriker Tobi. Seit knapp fünf Jahren ist der 34-Jährige jetzt zuständig für alle Steinbrüche der Firma Bernreuther und Deuerlein sowie jeglichen elektrischen Kleinkram, der täglich anfällt. Ob alt oder neu. Ich gehe halt meine tägliche Routine ein wenig durch. Ich weiß nicht, ob ich es täglich mache. Wir haben letzte Woche ein bisschen Probleme beim Drehwächter gehabt. Also sprich, wir prüfen, ob die Bänder sauber laufen. Weil wenn das unterm Laufen reißt zum Beispiel, dann kann es ja passieren, dass oben die Welle leer durchgeht und der Gummi fängt Feuer. Und da schaue ich halt jetzt die Drehwächter durch, ob die sauber laufen, weil letzte Woche, wie gesagt, hat so ein Rad ein bisschen an Dreck gefressen, sagen wir dazu. Aber es schaut ganz gut aus jetzt. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel, das ist so ein sogenannter Drehwächter, wie wir gerade schon gesagt haben. Das Band läuft jetzt aktuell mit 33,7, 33,6 Umdrehungen. Wir überwachen nach unten, also nach oben, wenn jetzt praktisch zu schnell, haben wir ja beim Förderband nicht. Und bei unter 25 Umdrehungen, wenn wir praktisch kommen würden mit unserem Sensor, dann wird die SBS hier die Meldung bekommen, okay, ich bin zu langsam, irgendwas stimmt mit dem Sensor nicht oder mit dem Band. Dann würden wir das einfach mitbekommen und würden wir dementsprechend abschalten. Ja, und jede Stunde Stillstand kostet die Firma gleich mal einen fünfstelligen Betrag. Ja, das ist halt einfach eine speicherprogrammierbare Steuerung. Da hängt man seinen Laptop hin und dann kann man die ganze Anlage dementsprechend programmieren und parametrieren. Teilweise Anlagen mache ich selber, aber jetzt so Siebanlagen, Verladungen, vergeben alles. Also das sind, wie gesagt, die ganzen Signale von unserer Steuerung. Da sehen wir die ganzen Eingänge von dem Schrank. Also sprich, der Motorschutzschalter hat ausgelöst, die Rückmeldung vom Schütz, ob das Band läuft oder nicht. und die Ansteuerungen dementsprechend, dass es angesteuert wird, dass es laufen soll. Ich messe jetzt einmal den Ausgang, ob der jetzt sauber läuft. Was muss der anzeigen? 24 Volt, flackert nichts, passt. Das müssen immer 24 sein? Also 24 Volt Gleichspannung ist halt so die Steuerspannung für uns, genau. Weil die SPS, gut, es wird auch 230 Volt Relais-Module geben, aber wir haben da alles auf 24 Volt. Passt. Kontrolle erfolgreich beendet. Auf zur nächsten Aufgabe und die lautet bei Kollege Gregor nach dem rechten Sehen. Denn der bereitet einen Teil von Tobis ersten Großprojekt vor. Und, Gregor, alles gut? Alles gut. Alles gut. Das wird jetzt unser Hauptverteiler für die Photovoltaikanlage in Lauber. Weil wir bauen an die Fassade und auf das Werkstattdach eine PV-Anlage. Und das wird jetzt der Hauptverteiler, wo wir dann dementsprechend einspeisen. Beziehungsweise in Lauber haben wir so viel verbraucht, da werden wir nichts einspeisen können. Genau, und das baut ihm jetzt der Gregor fertig. Dass wir den dann nächste Woche, wenn ich im Urlaub bin, vielleicht schon montieren können. Das darf dann der Gregor machen. Gregor, vielleicht hälften der Martin. Mal schauen. Aber in einem Steinbruch braucht man eigentlich keinen Elektrikerheißzimmer. Nein, es gibt ja noch Steine. Der Schrank macht eigentlich nichts, der verteilt nur den Strom. Also wir gehen mit einer Zuleitung rein auf die Kupferschienen. Dann haben wir hier alles unter Strom. Dann machen wir Sicherungen rein, dass wir dementsprechend die Wechselrichter passend abgesichert haben. Und in die Wechselrichter an sich kommen dann die Module rein. Und ja, die Module machen praktisch Gleichspannung. Und der Wechselrichter macht aus Gleichspannung dann Wechselspannung. Und diese Wechselspannung kannst du dann einspeisen oder selbst verbrauchen. Aus der Steckdose kommt ja bekannterweise Wechselspannung. Und an die Fassade kommen wir 272 kW Leistung, also sprich Modulleistung. Und auf das Dach nochmal 170 kW Modulleistung. Und ja, wir müssen mal schauen, was effektiv dann für Wert rauskommt, weil sie sind ja nicht passend zur Sonne geneigt. Wir haben ja 90 Grad Fassade teilweise. Wir müssen mal schauen. Also wir haben es jetzt mal passend ausgelegt, die Wechselrichter. Es wird schon ein bisschen was sein, was man sich in Strom sparen kann. An einer Sache dürfte der 34-Jährige übrigens nicht sparen. Einem funktionstüchtigen Handy. Grüß Gott. Ja, das ist schön, dann soll er es richten. Ja, wie gesagt, wir haben morgen E-Drehen, dann schauen wir mal schnell an. Okay? Alles klar, gut. Also tja. Notfall? Nein, alles gut. Der Rüttelflasche vom Maurer funktioniert nicht mehr. Und das sollten wir jetzt wohl auch noch nie machen. Also eine Lieblingsarbeit, was ich natürlich beim Meister gemacht habe, ist Programmieren, SPS-Programmieren. Das gefällt mir halt einfach unbandig gut. Mache ich auch gern. Aber für uns, wir haben es letzte Woche zufällig bei uns hinten, haben wir, wenn wir ein Problem gehabt haben, haben wir gesagt, eigentlich ist es scheißegal, was du hast. Man hilft zusammen und dann ist auch eine Scheißarbeit schnell einmal erledigt. Von dem her, mei, man muss machen, man hilft zusammen und dann passt das wieder. Somit kann man auch mal über Scheißarbeit drüber lachen. Wichtig ist, dass es zum Schluss wieder geht. Für Tobi geht es jetzt erst einmal zurück an den Schreibtisch. Letzte Planungen für die PV-Anlage stehen an. Zehn Kilometer weiter nordwestlich. In Laber versucht sich das Team um Martin, Vitali und Stefan an dem Transport des Rotors den Hügel rauf. Doch kurz vor der Steigung gibt es ein Problem. Durch das, dass da jetzt ein Berg schräg ist, kann ich jetzt nicht links anhängen, weil sonst bei der Nadel zum Flug. Weil das ist zu viel Gewicht für sie, die Eck war. Und jetzt hängt nur das Rückblick an und dann ist das schräg, weil hinten da ist es eigentlich klein. Wir wagen einen kleinen Rückblick. Ja, so hast du eine ganze Belastung auf einer Seite, ne? Schaffst du doch, oder? 16 Tonnen ungefähr. Ich krieg ja sowieso noch links, wenn ich hänge noch innen. Also passt links. Ja, wie du meinst, mach mal. Ja, kriegen wir schon hin wieder. Ja. Ja, der hängt so einseitig, müssen wir in der Mitte an. Das ist zu riskant. Ja, Einsicht ist ja bekanntlich der erste Schritt zur Besserung. Im zweiten Anlauf soll es nun mit dem 18 Tonnen Rotor besser klappen. Mit einer Gesamtmasse von 70 Tonnen schiebt sich das Stahlmonster nun den Berg rauf. Und während das Gespann am Bestimmungsort angekommen ist, kümmert sich Vitali um den zweiten Rotor auf dem Multimax Satteltieflager. Ich habe jetzt ja soweit schon alles fertig gemacht. Wie gesagt, muss man nur noch das Teil runterheben, kann Hölzer aufräumen und dann bin ich fertig. Doch bevor die nächste Fracht an den Lader angehängt werden kann, muss Vitali noch etwas klären. Habt ihr mir nicht geglaubt, ne? Gleich in die Mitte setzen. Hat's nicht funktioniert. Ja, Genugtuung, Erfahrung, Zickerei. Von allem ist etwas dabei. Ah, jetzt hat er gesehen, jetzt passt. Wann werden die eingebaut? Nicht jetzt? Winter, Dezember. Die Gemüter haben sich wieder entspannt. Jetzt müssen noch die rund 10 Tonnen den Berg rauf und dann ist der Job erledigt. So, ich bin soweit fertig. Ne, ich rufe jetzt einen Schäfer an und dann schauen wir mal, was er spricht. Ob ich dann weiterfahre oder fahre ich nach Weiken auf Umsaden. Schauen wir mal, ich rufe jetzt einen Schäfer an. Und da Vitali kurz telefoniert die Jungs den Rotor noch an seinen Bestimmungsort bringen, bleibt mir kurz Zeit für unseren Merch-Shop ein bissl zu werben. Keine Sorge, aufquatschen, tue ich euch nichts. Ich bin ruhig. Die letzten Zentimeter, dann ist auch der zweite Rotor an Ort und Stelle. Passend dazu gibt's auch eine letzte ehrliche Bewertung von Martin. Klingt gut? Ja. Na ja, am Anfang haben wir ein bisschen ruhig gehalten gehabt. Ich bin ja doch gehalten gewesen, den Haken klar in der Mitte machen, aber na ja. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Auch bei Vitali haben sich die Fragezeichen zu seinem heutigen Feierabend gelichtet. So. Na, der hat ja nichts mehr für mich. Und ich fahre jetzt nach Weiken auf Umsadeln. Vielleicht fahre ich mal eine Tusch oder vielleicht auch nicht, vielleicht gehe ich mal heim. Aber jetzt muss ich erst einmal tanken, jetzt bin ich auf Reserve. Jetzt fahre ich zu der Tankstelle dann und tue ich mal tanken. Die 580 PS wollen ja auch gefüttert werden. Für Stefan und Martin geht es ebenfalls zum Futtern, denn die Mittagspause steht an. Jung Trucker Alex ist bereits auf den letzten beiden Kilometern bis zur Baustelle. Er hat ein eher ausgefallenes Hobby. Ja, zum Beispiel Airsoft spielen ist so meins, wo ein schönes Hobby ist. Das ist eigentlich das Haupt-Hobby, ja. Airsoft spielen. Das ist eigentlich Ausdauer, sportlich und Gemeinschaft. Das ist immer, das passt. In Airsoft hast du so eine komplette Ausrüstung oder was? Ja, ich habe Uniform, Helm, da habe ich das Ganze, das habe ich ja schon, wo ich beim Elektriker war, habe ich eigentlich, wo mein Gehalt gekommen ist, weg und für Airsoft gekauft. Ah, viel zu viel Zeug. Sehr geldintensiv dieses Hobby. Aber gut, ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt. Muss ich mal wieder. Weil, ja, das ganze Geld, sage ich jetzt mal, steckt jetzt da drin. Und, ja, aber demnächst spiele ich wieder. Muss ich wieder. So, gehen wir jetzt da rein. Ha, das passt ja. Das ist jetzt noch 250 Meter und dann links. Also wahrscheinlich, ja, Ende der Straße. Apropos Baustelle. Alex hat dann meist, wenn es dort mal nicht so läuft, wie es soll, ein Ass im Ärmel. Denn dann nutzt er die gesellschaftlichen Vorurteile zu seinen Gunsten. Es ist halt einfach lustig, wenn er da immer kommen und sagen, hallo, ich bin der, wo muss ich hin? Weil du, ich habe immer nur Küche geholfen, immer nur Nudeln. Aber ich weiß nicht, wohin. Oh, ich bin gut. Nicht gut. Wollen wir fünf Kilo Fischfleisch haben? Ja. Damit sich hier keiner echauffiert. Das Wort, das Alex gerade sagte mit dem Fischfleisch, heißt Fischfleisch. Da man das in der Landessprache nicht aussprechen kann. Und das versicherte uns wiederum Alex nochmals. Nach einem kurzen Slalom heißt es nun, Kippstelle finden. Ich warte auf alle. So, wo, nein, da, nein? Da, nein. Lügen jetzt, nein. Oh, ho, ho, hallo, Kollege. Wo haben wir das? Oh, Niki, glaube ich. Ja, und das ist die Baustelle. Wird eng, ja. Muss sagen, wird eng. Das wird sehr eng, ja. Der Arctros ist übrigens kein Allrad. Und das ist nicht einmal das einzige fehlende nützliche Feature. Kein Servo, das Ding ist auch nicht so schön. Machen wir mal nicht. Ein bisschen wendiger. Ein bisschen doll. Und diese Einfahrt muss Alex jetzt treffen. Also besser nicht, sondern anvisieren. Mit 2,80 Meter Breite bis zur Schnur ist diese gar nicht mal so groß und damit eine Herausforderung. Deshalb heißt es erst einmal fleißig rangieren. Ja, jetzt wäre halt einfach eine Kamera einfach schon besser, weil ich dann auch weiß, von der linken Seite, wo ich in den linken Spiegel nichts gucken kann, wie weit ich von der Mauer da weg bin oder vom Zaun. Weil nicht, dass ich den Zaun da wegfahre. Weil es wäre sehr ungünstig. Ja, und damit das nicht passiert, heißt es nochmals ansetzen und Alex erhält sogar Unterstützung. Denn der Hauseigentümer hat die Situation erkannt und öffnet mit drei, vier Handgriffen den Zaun. Das ist richtig. Doch auch mit geöffnetem Zaunelement geht's im Blindflug weiter in Richtung Hofeinfahrt. Nach einer weiteren Minute steht Alex dann drin. Der 22-Jährige will sich jetzt beim Hauseigentümer rückversichern, wo er genau hinkippen soll. Doch der ist wie vom Erdboden verschollen. Ah, okay, okay. Ja, aber... Große Nacht. Alex macht sich nach der freudigen Begutachtung seiner Fahrkünste auf die Suche nach dem Bauherrn. Doch ob das die finale Abkippstelle ist, werden wir sehen. 700 Kilometer weiter nördlich an der Nordsee. Hier in Bremerhaven liegt die VB Geste am Pier. Zu ihren täglichen Aufgaben gehört, Containerschiffe an Kai und vor allem Autofrachter in den Hafen zu ziehen. Das Besondere heute, die Crew um Kapitän Kai erwartet einen Stonecrush-Auftrag. Also angefangen habe ich damit, dass ich erstmal große Fahrt gefahren bin. Erst auf Stückgutschiffen, dann auf Containerschiffen, zum Schluss auf Forschungsschiffen. Und dann wollte ich Familie gründen, öfter zu Hause sein und bin deswegen zur Schlepperei gekommen und musste feststellen, dass das auch sehr interessant ist. Und bin da auch jetzt so seit über 20 Jahren da geblieben und bin froh darüber. Doch ein Kapitän auf hoher See ist nicht gleich ein Schlepper-Kapitän. Es erfordert einiges mehr als nur ein Patent. Als Kapitän fahren zu können, muss man natürlich auch Befähigung dazu haben, die Antriebe zu benutzen. Da muss man auch erstmal eine Ausbildung machen, dass man sich mit den Möglichkeiten des Schiffes, dass man die erstmal alle kennt. Und als Schlepper fährt man an Gefahrensituationen so dicht wie möglich ran. Nicht so wie andere Schiffe, die versuchen so weit wie möglich von jeder Gefahrenstelle wegzufahren. Wir mit den Schleppern fahren genau dahin, wo es gefährlich ist. Und da sollte man schon wissen, was man tut, wie man die Antriebe stellen muss, dass man sich retten kann. Und das ist auch das, was wir hier unseren Steuerleuten versuchen beizubringen. Die Geste ist übrigens einer von 90 Schleppern der Firma Boluda, die in Europa stationiert sind. Wenn das Schiff zu See gehen sollte, dann sind normalerweise sechs Mann an Bord, dass man immer zwei Wachen besetzen kann. Jetzt fahren wir mit dem Steuermann noch zusätzlich, das heißt wir sind zu viert. Ja, das ist normale Hafenbesatzung. Der Bootsmann an Deck, der Schiff in der Maschine und der Kapitän, der halt den Schlepper fährt und die ganzen Papiere erledigt uns. Ja, die Verantwortung trägt. Den langweiligen Job hat. Den langweiligen Job, genau. Und damit es für die Crew auch keine Langeweile gibt, wird diese öfter neu zusammengewürfelt. Der Sinn, Erfahrung und Wissen zwischen Jung und Alt austauschen. Das ist ein Protortag-Schlepper und Protortag bedeutet drei Antriebe. Das sind hier 360 Grad drehbare Gondeln. Das sind unsere Antriebe, mit denen wir auch steuern. Und davon haben wir drei. Zwei im vorderen Drittel, eine im achteren Drittel, in der Mitte. Ja, und damit fahren wir. Da muss man dann halt aufpassen, dass man immer nur mit zwei fährt, weil man nur zwei Hände hat. Wenn man mit drei allen gleichzeitig fahren will, dann kommt man schnell durcheinander. Das heißt, man fährt entweder über Kreuz, Manöver, oder aber mit den beiden vorderen und den dritten nimmt man dann einfach immer nur zur Unterstützung. Unterstützung meine ich jetzt damit, dass entweder du brauchst Speed. Das heißt, du musst dann schon alle drei Antriebe nehmen, um die Geschwindigkeit zu erreichen. Oder aber, wenn du antauen willst, das heißt, wenn du Kraft auf die Leine geben musst, dann musst du auch mit allen drei arbeiten, um vernünftig Kraft zu kriegen. Du hast drei Antriebe und die Kraft von allen drei Antrieben, die macht erst die Power von den Schlepper. Die GES ist 28 Meter lang und hat einen Tiefgang von circa sechs Metern. Unter der Wasseroberfläche befindet sich das Herzstück des Schleppers und damit der Arbeitsplatz des Chiefs. Zu unserer Rechten, zu unserer Linken, als auch in der Mitte Achtern befinden sich unsere Hauptantriebsmotoren, sogenannte ABC-Motoren. Also ABC ist der Hersteller und jeder Motor hat 1760 Kilowatt Leistung, bedeutet mal 1,36 sind 2400 PS pro Motor. Also zusammen hat die Geste, jetzt nur Antriebsleistung, circa 7200 PS. In die Geste passen rund 70.000 Liter Marine-Diesel. Also es ist ein konventioneller Motor, das ist ein Reihen-Achtzylinder und hier hast du halt klassisch Pumpedüse im Grunde genommen. Du hast die Einspritzpumpe und oben die Einspritzdüse, ja. Die Einspritzpumpen sitzen hier, ja. Dementsprechend sehr verlässlich. Also es ist nichts Überzüchtetes. Diese Motoren sind einfach grundverlässlich. Mein Job ist, ich bin für sämtliche technischen Abläufe und sämtliche Aggregate, die hier an Bord sind, zuständig, verantwortlich. Also für deren Wartung, für deren Betrieb, ja, deren Überholung, Koordination mit der Inspektion, wenn Sachen ausfallen, Ersatzteilbestellungen, Beratung des Kapitäns bei Schäden, die wir feststellen und so weiter und so weiter. Im Motorraum steigt das Thermometer auf über 40 Grad und draußen so langsam die Spannung. Und wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören. Ne? Und das nächste Mal bei Stormcrush. In Neumarkt entsteht zwischen Elias und mir eine gepflegte Unterhaltung. Du kannst ja gerne selber reinhocken und selber mal, das zeige ich dir manchmal. Schau mal, wie das besser kann. Du oder ich? Nebenan auf der Privatbaustelle geht bei Alex gar nichts mehr. SOS, Asiate in der Not. In Primerhaven, ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll. Ob jetzt Wasser aus deiner Kanone kommt oder es kommt Schaum raus, das kannst du nicht sehen. Also du siehst da keinen Unterschied. Das ist beides weiß. Richtig. Und in Lava hat sie Stefan der Betriebsfeuerwehr angeschlossen. Und dann hab ich mir den Schlafmorgen machen lassen. Ob es für ein A-, B- oder C-Rohr gereicht hat, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. seht